Fußball ist Spaß für mich. Mein Lieblingsort in der Generali Arena ist tatsächlich die Kabine und die Kraftkammer. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt auf der Bank oder irgendetwas anderes. Mein Fußballheld ist Cristiano Ronaldo. Von meinem ersten Profigehalt habe ich mir, ich glaube damals die Wohnungsmiete bezahlt und das Essen. So viel war das noch nicht damals. Wo war das? Sturm. Ich habe nie verstanden, dass ich mein Handicap noch nicht so runter habe, wie ich mir das vorstelle. Meine Eltern haben immer gesagt, hab Spaß an dem, was du machst und wir stehen hinter dir. In meinem Spind findet ihr immer nichts. Nein, ich habe in meinem Spind gar nichts eingesperrt. Am längsten in der Kabine braucht... Das ist schwierig, aber ich sage mal... Der Reini ist recht lang, aber weil der auch lang oft noch auszudehnen ist und solche Sachen. Aber ich sage mal so, auch der Marvin gehört dazu. Ich bin auch ab und zu noch länger da, also da ist es schwierig zu sagen. Den besten Musikgeschmack hat der Reini. Okay. Reini war schon mal die Antwort vorher auf die nächste Frage, den schlimmsten Musikgeschmack hat... Den schlimmsten Musikgeschmack hat... Der Beiham und der Manuel Polster, weil das, was gestern war, war eine Katastrophe in der Kraftkamera. Okay, nichts für dich? Was war das? Was magst du generell und was magst du nicht? Ich brauche den Gangster-Rap und alles mögliche, brauche ich gar nicht und einfach eine chillige Musik. 80er, 90er kann das alles sein. Eine Steuerer-Bur, Playstation-Kollege und ein guter Freund. Lass uns ange eine